Grüß euch, ich bin der Thomas von der Elterngruppe, gemeinsam im Sinne Adum. Wer von euch glaubt, dass die ganzen Pandemie-Maßnahmen, die ganzen Quarantäne-Maßnahmen alle nichts gebraucht haben, dass die vielen Leute, die sich in gutem Glauben impfen lassen und hier mitgeben spielen, wer glaubt, dass das alles um Schuss ist, weil es einfach nichts bringt. Wer glaubt, dass die ganzen Zolle, die die Politiker jetzt auftischen und die, die sie verdrahen und dranen und ummodellieren und euch die Reformen und so, dass wir am meisten Lockdown-Tag haben, wer glaubt, dass das alles ein Blödsinn ist, dass das nicht stimmt, dass wir das endlich stoppen müssen, der Zell soll am 29. August, den Sonntag um 4.00 Uhr auf die Tollverwiesen nach Pozen kommen. Aber nicht gleich wegen SM, um gegen etwas zu sein, sondern vor allem viel etwas, dass wir einfach neue Wege beschreiten für ein neues Südtirol. Und dazu laden wir alle ein. Wer das will, soll mitgehen. Endlich, jetzt ist Zeit. Packen wir es zusammen für neue Wege. Cambiam Rota für ein neues Südtirol. Kämen alle mit. Ich gehe schon einmal. Vielen Dank.